Eine Bauchspeicheldrüsen-Schwäche wird oft mit dem Reizdarmsyndrom verwechselt. Da die Bauchspeicheldrüse nicht mehr genug Enzyme produzieren kann, gelangt unverdaute Nahrung in den Dickdarm, wo sie nicht hingehört. Dort führt es zu Darmgasen, was Symptome wie Bauchschmerzen, Blähungen und Durchfall auslösen kann, insbesondere nach dem Verzehr von fettreichen Speisen. Ich gebe dir 7 Tipps, was du ganzheitlich machen kannst, um deine Bauchspeicheldrüse zu entlasten. Verzichte auf schnellverdauliche Kohlenhydrate wie Fertiggerichte, Süssigkeiten, Süssgetränke und Weissmehl. Ernähre dich fettarm, insbesondere Produkte mit minderwertigen Fetten wie Wurst, Käse, Kuchen, Süssigkeiten solltest du vermeiden. Nimm hochwertige Fette wie Hanföl zu dir. Nimm MCT-Fette zu dir. MCT bedeutet mittelkettige Fettsäuren. Diese sind zum Beispiel im Kokosöl enthalten und können auch ohne Enzyme verwertet werden. Da die Bauchspeicheldrüse für die Enzymproduktion zuständig ist, wird sie dadurch entlastet. Reduziere schwerverdauliche tierische Eiweisse wie Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, Milch und daraus hergestellte Erzeugnisse. Lebendige Enzyme sind in vielen rohen Zutaten enthalten, wie zum Beispiel Gemüse, Salate, Sprossen, Ananas und Papayas. Esse deshalb diese Sachen, um die Bauchspeicheldrüse zu entlasten. Nimm Basenpulver zu dir. Die Bauchspeicheldrüse ist auch für die Produktion von Natriumhydrogencarbonat zuständig, um den Pankreassaft basisch zu machen. Bei einer Schwäche kann diese Produktion auch beeinträchtigt sein, weshalb du die Bauchspeicheldrüse unterstützen kannst, indem du Basenpulver, zum Beispiel Natron, zu dir nimmst. Wenn du mehr über ganzheitliche Behandlungen von Krankheiten erfahren möchtest, abonniere meinen Kanal, um keine neuen Videos mehr zu verpassen.